Also ich freue mich auf jeden Fall, dass wir den heutigen Tag veranstalten durften. Die Jugendlichen haben es super angenommen. Die Feuerwehr macht toll mit. Es ist toll, dass die Jugendlichen die Chance haben, die Feuerwehr immer auch privat kennenlernen zu dürfen. Es ist eine wunderbare Veranstaltung heute, dass die Feuerwehr und Outreach zusammen diese Begegnung schaffen. Und das soll ja nicht nur dieses Jahr oder es war im letzten Jahr, sondern auch im nächsten Jahr wieder fortgesetzt werden. Also ein wunderbares Miteinander, was hier entstanden ist. Können wir uns gegenseitig kennen, können wir uns auch verstehen und im Gegenteil Respekt zu holen. Das ist die wichtigste Information und Aussage, die wir dann bekommen müssen. Heute haben wir eine Begründung, und zwar spielt die Feuerwehr mit den Jugendlichen zusammen. Nicht gegeneinander, sondern zusammen. Und ja, wir haben alle viel Spaß. Wir sind alle motiviert. Und wie ihr sehen könnt, ist die Teilnahme sehr groß. Genau, wir haben noch ein Löschfahrzeug hier. Die drüben stehen, wo dann die Jugendlichen bei Fragen einfach vorbeikommen können, sich mal die Gerätschaften angucken können. Das Essen schmeckt lecker. Getränke gibt es reichlich. Wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit und auf eine freundliche, fröhliche Zukunft gemeinsam. Bis zum nächsten Mal.